Wenn die Leute jetzt wegen Corona nicht in den Konzertsaal dürfen, dann muss der Konzertsaal eben zu den Zuhörern kommen. Der amerikanische Organist Cameron Carpenter reist mit seiner mobilen Orgel gerade durch die Lande und spielt vor alten Pflegeheimen. Heute machte er fünfmal Station in Neubrandenburg und spielte unter anderem die Goldberg-Variationen von Bach. Die Bürgerstiftung hat das Ganze organisiert, auch mit Spendengeld vieler Neubrandenburger.